Zugeschaltet aus Berlin ist jetzt Astrid Irgang. Sie ist stellvertretende Direktorin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Das ist eine Tochter des Auswärtigen Amtes und Frau Irgang organisiert unter anderem den Einsatz deutscher ziviler Mitarbeiter für internationale Friedenseinsätze. Das bedeutet auch zum Beispiel in der Ostukraine. Frau Irgang, guten Abend. Erzählen Sie uns bitte ganz kurz, was Ihre Mitarbeiter im Moment dort machen. Guten Abend. Wir haben in der Special Monitoring Mission der Ukraine aktuell über 40 Kolleginnen und Kollegen, die im Auftrag der Bundesregierung dort sind. Die erfüllen dort ihr Mandat und die sind dankbar, dass sie vor Ort noch bleiben können und nicht wie andere Kolleginnen und Kollegen anderer Participating States abgezogen worden sind. Und die Hauptaufgabe ist, Vertrauensbildung und Dialog und Beobachtung der Vereinbarungen des Minsker Abkommens weiter durchzuführen. Angesichts der Tatsache, dass einige Länder ihre Mitarbeiter und Bürger aufgefordert haben, die Ukraine zu verlassen, müssten Sie die Leute nicht abziehen, um die in Sicherheit zu bringen? Die Bundesregierung hat sich entschieden, tatsächlich den Staatsangehörigen Deutschlands, die nicht dringend erforderlich sind in der Ukraine, nach Hause zurückzukehren. Aber das deutsche Personal, was in den internationalen Missionen steht, wird jetzt besonders vor Ort gewünscht und gebraucht als Augen und Ohren der Weltgemeinschaft. Und wir tragen das voll mit und unterstützen das und würden uns sogar wünschen, noch mehr Kapazitäten und Unterstützung in die Ukraine, in diese Mission zu bringen. Sie haben gesagt, die Mitarbeiter sind dankbar, dass sie noch da bleiben können. Jetzt haben wir in dem Film auch gehört, dass Ukrainer ihre Autos voll gedankt haben, um im Fall des Falles sofort fliehen zu können. Treffen Sie auch solche Vorkehrungen? Die Hauptverantwortung für diese Vorkehrungen, also die Sicherheit des Personals, trägt die OSZE. Die hat die Primärverantwortung und die Mitgliedstaaten wie Deutschland kommen sekundär hinterher. Wir und die OSZE gehen davon aus, dass die OSZE selbst nicht Ziel einer Eskalation wäre. Auch Russland ist Mitglied der OSZE, steht auch noch mit eigenem Personal vor Ort. Und insofern haben wir, was das angeht, ein gutes Gefühl bisher. Lassen Sie uns mal auf die allgemeine politische Lage schauen, Frau Irgang. Seit dem Besuch des Bundeskanzlers in Moskau gestern wird gerätselt, sind das jetzt Entspannungssignale aus Moskau, aus Russland oder nicht? Was sagen Ihre Mitarbeiter, was sagen Sie? Sind das Entspannungssignale, die man da sieht im Moment? Ich glaube, das ist zu früh, das wirklich zu entscheiden. Das wird ganz genau beobachtet, ob wir das als Entspannung werten können. Aber ich glaube, die Erwartung ist eher, dass wir noch eine längere Phase vor uns haben. Und der Wunsch ist, jetzt die Konfliktparteien in die Dialogformate zu bekommen, an den Verhandlungstisch zurück zur Diplomatie zu kommen. Was wäre denn langfristig, Frau Irgang, Ihre Lösung, wenn jetzt der amerikanische Präsident, der russische Präsident, der ukrainische Präsident und auch der Bundeskanzler zu Ihnen kämen und sagen würden, Frau Irgang, entwickeln Sie mal eine Lösung für diesen Konflikt. Wie sähe die aus? Ich würde antworten, Sie haben alle eine ganz fantastische Organisation, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ist die Organisation, die vor Ort ist, die bestimmte Aufgaben übernommen hat. Diese Organisation stärken und versuchen herauszufinden, was sind jenseits der Positionen, die ausgetauscht werden, tatsächlich die Interessen der Konfliktparteien nicht um den Konflikt zu lösen. Das wird sehr schwierig sein, aber ihn doch in eine Form zu bringen, dass wir die Friedensordnung in Europa nicht verlieren. Was tippen Sie denn? Was ist wirklich das Interesse der Russen? Was will Wladimir Putin? Ich kann nicht in seinen Kopf hineinschauen, das können wir alle nicht. Aber ich glaube, es geht um eine neue Ordnung und um eine neue Teilhabe. Russland hat sich, glaube ich, in bestimmten Jahren als Regionalmacht verstehen müssen. Und aus dieser Rolle möchte man wieder herauskommen. Es geht letztlich um den Platz an den Tischen der Welt. Sollte es doch, Frau Irgang, zu einem Krieg kommen, sollten die Russen angreifen. Wie würde dieser Krieg Ihrer Einschätzung nach ablaufen? Ich bin keine Militärexpertin. Was Militärexperten sagen, ist, dass die russischen Kräfte alle Fähigkeiten jetzt zusammengezogen haben. Für die unterschiedlichsten Operationen, das mögen kleine, minimalinvasive Schritte sein oder etwas Größeres Richtung Hauptstadt oder ein Cyberangriff. In jedem Fall wird es darum gehen, die Bevölkerung empfindlich zu treffen und damit uns alle. Vielen Dank nach Berlin. Astrid Irgang. Danke. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.